Sitzt du da unten? Ja. Ach da, hinter mir. Ja. Gut, hier lock ich mich aus. Bestimmt ne gute Idee. Glaub ich dir. Wollts grad sagen. Ah, komm. Yeah, komm! Auf deiner F2? Ja. Oder ne, der ist auf 1. Warte, hab ich noch irgendwas für dich? Ganz schwere Rüstung tragen. Ja, ich kann schwere Rüstung tragen. Oh, ich glaub ich hab auch noch was für mich. Kann das sein? Schwere Rüstung in Level 14 hab ich. Hallo. Will ich ausrüsten? Warum kann ich das nicht ausrüsten? Achso. Mach mal. So, jetzt. Ähm, das kann ich eh nicht gebrauchen. Oh, geil. Was ist denn Müll an mir los? Ja, natürlich. Jetzt will ich noch... Hier ging es mit dem Drachen nochmal P. Ja, genau. Will ich nämlich dem Drachen hier... Level 14, okay. ...die Rüstung geben. Wie kannst du das machen? Schaut mal P. Okay. Ich glaub ich mach das mal im Flug schnell. Oder geht das überhaupt im Flug? Also, ich muss jetzt ausmachen. Okay. Okay, ich hab nichts für meine Drachen, glaub ich. Wir sehen uns, ne? Also... Alles klar. Wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin. Ciao. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020